so ich habe aber auch mal Lust auf eine Runde Spinnawanna gucken ob wir ein paar freie Spiele hier sehen oder ob Drago sich mal zeigt ein 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 Und schade. Endlich. Da haben wir es ja mal. Komm, Geldbetrag. Ah, schade. Okay, jetzt pick 6 Boxers. Good choice, excellent choice. Ja, zwei Wides. Let's play. Oh, murkish. Schade, ich darf eine Verlängerung. Na komm, Drago. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Und gib dann nochmal vielleicht drei Scatter hier. Nochmal eine Runde freie Spiele wäre nett. Oh, Drago, lass dich doch mal blicken. Oh, schade. 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 Oh! immer 8 Euro 0 おお 0 00 Fel 0 31 Und? Bonus? Schade. Ah, das war auch schön. Und? Noch mal acht. Schön, mal so ein bisschen. Ja, warte ich komme doch rein da. Und? Bonus? Vielleicht jetzt? Nö, durch. Und jetzt? Auch nicht. Schade, diesmal keine Achtung. Schade. Schade. Und noch mal acht. Na, vielleicht kommen ja noch mal ein paar Freispiele. Eventuell bleibt mir aus dem Frutinator Bonusspiel von Merkur etwas übrig. Der hat ein bisschen aufgebaut und die Zeit müsste gleich abgelaufen sein. Dann hat man wenigstens ein bisschen aus dem Bonusspiel mal mitgenommen. Und freie Spiele. Nein. Ja. Ja. Ja, 7,60 Euro. Und? Und? Jawoll. Sogar mit einer Reihe 10er. Schön. Ich muss mal kurz einen Break machen. Ich muss mal kurz einen Break machen. So, und schauen wir mal, wie es weiter geht. Oh, höchstes Symbol, ob das was gibt. Kommt mal eine Verlängerung. Ach, scheiße. Kommt mal eine Verlängerung. Kommt nichts. Oh, mal zwei. Und das war wohl nichts. 14 Euro. Kommt mal eine Verlängerung. Beide. Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gut, er will seine Pause. Bis später.